Das ist ein cooler YouTuber, ein sehr cooler sogar. Der macht Smartphone-Technik, Computer-Technik und auch Hi-Fi-Technik. Der stellt einige Geräte vor, macht Soundcheck und so weiteres. Er macht super Videos, finde ich. Ab und zu aber nur ganz, ganz selten Zerstörungen, aber nur verdumme, blöde Geräte. Schöne Geräte würde er niemals zerstören, weil er einfach ein vernünftiger, guter YouTuber ist. Gleich mal abonnieren. Natürlich die Glocke aktivieren, dass man nichts mehr verpasst von diesem coolen YouTuber. Der ist einfach cool.